und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's play minecraft und ich freue mich das ja auf meinem kanal gefunden hat außer meine schon echt 7 abonnenten habe ich jetzt irgendwie cool allerdings wenn ich schade dass ich so wenig aufrufe haben aber egal und letzte folge bin ich ja umgezogen du machst jetzt hier sitzt weil hier ist da gibt es mir zu essen gibt es kühe schafe da hinten gab es im schweine da sind schweine und auf meiner ebene gab es ja nichts und ich habe jetzt mir vorgenommen falls die letzte fall nicht gesehen haben solltet ich bin jetzt hier richtigen bauernhof mit kuhfarben schweine farben und so weiter also habe ich sah mit kindern letzte folge weiß ich nicht ein schaf braun noch weil ich denke mal schaffe dürfte ich sonst noch genug haben eigentlich ja ich wollte noch koppel schnell hier holen letzte folge um meine öfen zu machen und werdet ihr noch anfang mal zwar noch bauernhof das bauernhaus zu bauen ich glaube das mache ich nicht mir aus holz so wie ich mein altes haus gemacht habe das jetzt nur als base nutze wenn ich mal fahren geht da hinten man muss realistisch mit stütze mit stütze bräuchte meine kraft nicht fände ich aber cool wenn sie was einführen würde so schwer kraft so nach 10 15 blöcken kann man kein block mehr hinsetzen wie er schwer kraft bedenken ist wenn ich ihn ganz cool oder versetzt sich um einen halben block finde ich auch in mir ganz cool lassen wir das ja mal eh gleich wasser das finde ich gut das wird so cool hier kann man schön stahl bauen schöne weide oder es wird geil das wird geil hier ich bräuchte ich noch mehr koppelstern ach ja bett wollte ich mir das mal 1 2 3 wenn ich sterbe spawne ich erstmal mal mal bei meiner alten base ist mir nicht so ganz komm ich bräuchte rote wolle ist ja cool okay das klatschen wir jetzt erstmal dahin das baue ich immer noch und ich mache schnell noch öfen das wird gleich richtig cool aber es war ein bisschen zu viel jetzt mein gott war zu fehler wo ich sind dann bräuchte wieder ab normal mehr koppelstauern hier ich würde gleich in die tiefe ich hab verkehlen vielleicht finde ich ja kohle und eisen und sonst zeug sonst zeug verkehlen aber und kein team über das leben kann sollte ich mir echt mal aussuchen oder vielleicht wäre nicht so langweilig wenn ich mal musik irgendwie rein tue dachte ich habe schon wieder kohle der kugel oder wer zu kohle gewesen ich brauche ganz viel koppelstern geht meine spürzeuge gleich kaputt und neu machen und wieder wieder rauf rennen ist jedoch größer weil die ganze zeit drauf blöd dabei ich habe kohle nie beholt kohle holz kohle ist mir lieber ja spitze brauche ich spielt sie also habe ich hier einmal wieder spitze eine spitze eine spitze genau machen spät sie meine folgen will ich jetzt mal ein bisschen kürzer erhalten dann keine ahnung lieber mal ein paar hintereinander weil ich will jeden tag eine folge hochladen oder irgendwie nervt jetzt jeden tag alles wieder hochfahren die ganzen aufnahmeprogramm dann den ganzen schnittprogramm alles erst mal wieder zu starten immer meint ist dann in einem ist dann leichter an einem tag alles und dann habe ich für zwei drei tage meine ruhe weil es mutter war keine ahnung hat irgendwie mal katze ok das war ein hund also erst dann gehört irgendwie eine kuh aber nein war mein hund ja und wenn ich jetzt mehr abonnenten mache 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 ich mache abonnenten wenn ich mehr abonnenten habe kümmer ich mich dann um facebook und twitter welchen alles so haben jetzt hat es gelebt habe ich zwar schon überall angemeldet aber ich habe noch überhaupt nichts reingeschrieben angemeldet und sonst gar nicht so kein kanalbild überhaupt ein bild oder sonst was nichts gemacht ihr könnt mich zwar wenn sie es schaut und twitter ab könnt mich zwar schon auf zitter finden und der cblp glaube ich nein sebastian lp irgendwie so was jetzt nicht genau und facebook das weiß jetzt nicht auswendig damit auch irgendwie so ähnliches und ja welch zwar alles wenn es soweit ist also ich denke mal dass ich deshalb 50 abonnenten machen werde weil ich dabei alles in die 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 den ganzen in die h unten in die beschreibung will ich alles dann reinschreiben wenn es soweit ist genau jetzt hier schnell gedächtnis schwund hoch zehn schon wieder jetzt haben wir erst mal wieder genug koppel würde ich mal sagen schade noch keine eisen gefunden mal jetzt wo ich hier weiter runter ich will eigentlich gar nicht mal jetzt hier oder mal so hat kammer wird dann irgendwann mein keller auch in bauernhöfe von früher gar keine keller haben und ich weiß das ganz genau meine oma hat nämlich hat eichen bauernhof zwar aufgegeben aber früher zehn an 400 jahre alten holzhaus gewohnt das ist doch abartig oder im winter mein onkel erzählt weil er drin noch geschlafen hat ist die spezielle limo im winter im zimmer eingefroren ist doch wer wohnt da schon freiwillig ja meine oma hat sich aber schon ein haus noch daneben hingebaut ist das nervt jetzt durch das wasser zu schwimmen ja ja familien eltern großeltern alle sind verschieden und manche sind blöd und zum beispiel noch in einem 400 jahre alten haus genau das wollte ich sagen kann man nicht ändern wie groß meines ich glaube ich mache damit zwar so meines mir ist das ich habe den entstand mit 1 zu weit gebaut weil ich wollte eigentlich schon land lassen das wird cool hier glaube ich hier die mauer entlang dann hier so kleine ecke lager gedingste teils ohne ich brauche dort am besten will eine eisenschaufe keine pickel so eine schaufel eine schaufel ok kann ich mir ein brunnen bauen das zu machen und dann ein brunnen oder weiß ich nicht okay jetzt erstmal wird noch mal überlegen kann ich mir noch mal was nein falsch die letzte folge einfach nur so zum gucken wie will ich das bei uns nicht voll cool aus hier das lava weiß ich nicht ich habe ich habe ich gar nicht gesehen da dürfte ich ja nicht sehen den haben das ist schon gefunden kühl habe ich hier schaue ich genug wenn man schon weine bräuchte ich noch hühner dann wäre es cool also mein haus bei euch wahrscheinlich so innenhof irgendwie da stahl dann stahl dann stahl mir das wird schon irgendwie so das heißt ich mache das so trotzdem das ist beinahe mit der schaufel abgebaut ohne aus dem gamut raus zu gehen jetzt könnte ich mal schlafen wo baue ich dann den ganzen wobei ich jetzt dort ab keine ahnung gott der nacht gott schon wieder zehn minuten schon wieder nehme ich zehn minuten die zeit vergeht aber so schnell und geschafft hat man nichts wollte hier schnell was ab noch mehr kühe hier jetzt natürlich unendlich kühe aber da wo ich am anfang gewohnt habe da null wahr sein oder und hier wohne ich im paradies überall sonnenblumen finde ich cool mit dem blumen update was damals gab vorher weiß ich wie lange schüler er ist okay ich wollte das so und so das wird dann sozusagen der innenhof brunnen das wird natürlich wieder zu wenig gehört war ja klar aber ich kann mir noch mehr und ich glaube ich mache die ganze kante da weg okay denn diese große kante aber das mal weg ich dachte schon jetzt sehe ich smaragde das wäre ein bisschen naja ihr vergesst tun die auszuschalten läuft läuft bei mir wenn ich gerade eingefallen bei fraps warte ich schaue schnell nach für euch damit ich jetzt kein sandtrek laber braucht für einen wie lang hat es dauert es ein video verein nehmen ist das ist nicht drei minuten drei gigabyte vier und ja ich habe einen halben terabyte speicher arbeit nein ich arbeitsspeicher junge wieso fühlt mich ein die 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 festplatte jetzt habe ich halben terabyte und ich habe nur noch 28 gigabyte 282 gigabyte frei ich habe einfach viel zu viel zeit auf dem computer ausmisten umfeld darf mir aber sonst verhungere ich noch aber ich habe laber gefunden ich habe laber gefunden habe ich habe nie laber an der oberfläche gesehen zumindest hier nicht das vorgelt ja nicht okay jetzt habe ich genug gehört erstmal kann ich das hier ein bisschen flach machen hier so groß meintes soll schon groß genug sein und auch nicht schlecht aussehen so glaube ich meine kann meinen kleinen garten noch hinklatschen hier so mini garten schau das salat und sowas nicht gibt es könnte man schon im garten anbauen gibt ja manche modpacks da gibt es salat und alles mögliche halt so und da wollte ich ein brunnen dann rausbauen dachte mir schon so kann ich das jetzt nicht immer an der weise blödes gras im weg war ich kurz rasenmähen hier bin ich zwar mal kurz schwindel ich so wie lange ich auf ich mache lieber kürzere folgen die zeit vergeht irgendwie so schnell wie ich auf und ist der hammer aber ich würde sagen ich nehme gleich noch eins auf dann habe ich es mal drei tage nicht mehr so aufnahme sorgen kann ich erst mal ein bisschen im kanal noch kümmern oder twitter und zeug und so und die spieler auf server und oder will ich auch noch was erreichen und so dafür habe ich dann noch mal zeit ja ja ich bin der messe hier nein ist noch zu kurz noch ein bisschen zu kurz könnte man ein in einem entstand in table bauen hätte ich keine so probleme mehr also keine probleme habe ich jetzt auch nicht habe ich meine ich könnte schnell abbauen das dauert so lange und dieser ton beim abbauen nervt und mit kasse sich der so grausam an finde ich okay das dürfte jetzt hoffentlich klang aber kaum dass ich haus das hohe graus also das hätten sie nicht in minecraft einführen brauchen das nervt los so jetzt aber schnell zubauen dann war es das erstmal mit dieser folge wieder sehen wir uns morgen wieder und hoffe ich schalt beim nächsten mal wieder ein jetzt sagt morgen wenn man eine positive bewertung würde ich mir auf jeden fall sehr freuen wenn sie wenn sie das euren freunden also weiter sagen würde dann hätte ich vielleicht mal ein paar mehr abonnenten hätte mehr aufmunterung da weiter zu machen weil ja egal habe ich letzte folge erzählt weil ein ein aufruf eurer ein tag ist okay ist dann noch einen schönen tag und tschüss dann beeinflusst dann muss das